Rainer Brandt, ein neues Werk von Rainer Brandt, Rainer Brandt, Rainer Brandt, Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen, Rainer Brandt, mit seiner Spezialkamera, zwergfellerschütternden Trainerbankstudien, Rainer Brandt, Rainer Brandt, Rainer Brandt, Kamera fertig, Ton ab. Ja, ich weiß nicht, was an der Kasse in den Verkauf kommt, aber es sind noch gar viel genug Vorräte. Bis halb 12 haben wir noch Karten vorrätig. Gibt es im Moment bestimmte Spieler, deretwegen Sie besonders gern hingehen? Na, nicht nur der Spieler, wegen auch der Trainer, wegen möchte ich das gerne sehen, die Einstellung der Trainer zum Spiel. In Verbindung mit dem Namen Weißweiler, mit der Erfahrung von Weißweiler, die Fans versprechen Sie etwas für dieses Jahr? Was versprechen Sie sich? Nö, dass ich mir eine warme Bockwurst einpfeife und vielleicht danach noch ein verträumtes Perinchenbier. Glauben Sie, dass Weißweiler das Stadion vollkriegt? Ja, das hat sich schon bei dem ersten Spiel gegen Kaiserslautern gezeigt, was ja verhältnismäßig auf Gruppe sucht war, wenn ich mich nicht irre, waren sieben oder acht Zuschauer. Sieben oder acht Zuschauer, das gehört der Vergangenheit an Don Pepe. Heute sind es garantiert mehr. Ja, das ist richtig, aber das führe ich darauf zurück, dass ich heute hier gefilmt werde. Was halten Sie von Ballpropaganda? Wer wird morgen die Wahl gewinnen? Ich finde, das hat sich heute schon eindeutig entschieden, wie das Volk wirklich liebt hat. Hören Sie doch! Wie schon in Braun, der ist! Endlich haben wir wieder eine Führernatur! Unser Henness ist wieder da! Jumai, der schaut ja aus wie der Franco. So was Stolz, das Spanische, das hat er im Gesicht. Kenneth, ole! Der Mann ist echt gerührt. No, is it aber jut, ja? Schluss jetzt! Nee, der Henness, jans der Alte! Ruhe jetzt! Ich werde doch gefilmt heute, Leute! Also, heute geklappe! Auch kein Husten! Wenn Sie sich schnäuzen müssen, nehmen Sie ein Taschentuch! Das wird nämlich hier ein Tonfilm! Kamera fertig, Ton ab! Ton läuft! Johnny Weissmüller, die Erste! Sag mal, hast du das eben gehört? Der hält mich wieder, Johnny Weissmüller! Wer ist denn das Weissmüller? Na, der Olle Tatsan! Wer ist bloß in Spanien geblieben, was man sich hier alles bieten lassen muss und ein Driss! Ton ab! Johnny Weissmüller, die Zweite! Ich hab das erste Mal gedacht, ich hab mich verhört, aber der sagt tatsächlich Weissmüller! Der kennt dich nicht! Schmeiß doch raus, diesen Blödmann! Der heißt Weissweiler! Danke, Weichmeier, die Zweite! Dann halte ich doch im Kopf wieder aus, Weichmeier! Der Filmfritze scheint den nicht zu kennen! Oh, da hinten! Wenn hier einer spricht, der mir nicht hat! Ich heiße Weissmüller! Danke, Tony Saller, die Vierte! Jetzt springt aber wirklich die Feder aus dem Huhn! Ich lass mich doch hier nicht verarschen! Der heißt Weissmüller, du Idiot! Weissmüller! Verstanden! Weichgeiger, die Fünfte! Wie, der war doch nicht der Fünfte! Fang doch mal mit Eins an! Gut, nicht die Fünfte! Heißgeiler, die Erste! So, ein bisschen Fußball müssen wir ja auch mal spielen, ne? Ui, ui! Chef, Tor ist kaputt! Netz gerissen! Mach doch nicht so den Scheiß, Mann! Ja, ist tatsächlich in Dutten! Man, dem Kräuf könnte ich in die Schnauze hauen! Da könnte ich jetzt so schön in der Sonne liegen! Darf der denn da über den Rasen latschen? Natürlich, dem gehört doch der Rasen! Er hat im Ausland genug verdient! Und das Pulver hat er in Rasen angelegt! Das ist doch der Max Schmeling! Das ist doch der Max Schmeling!